vielleicht noch ein paar bandys die kann man ja nur teilweise auf dem pc abschmeißen ich würde sagen starte die runde so als ein spiel runde als ersten sieg für heute quasi das ist doch ein bot hier gewesen hast du schon ja manchmal kommt noch zwei leute ja ein sehe ich hier eine ist der mail und da die sommer oder leckts immer noch sehr hart oder na also auf jeden fall nicht schön für spielen weg mit dir aber ich habe ihn gelockt haben wir uns sehen wir müssen mal verhören dann wissen wir schon mal wo sein med ist ja da ist noch ein gegner war aber schnell macht der macht ja tschüss ich habe keinen einzigen schuss getroffen muss mit ihm muss wie auch pc umsteigen ich öffne mal für dich alle obstkisten schön den salat in den nuschel rein hier ja komm wir fahren einfach mit auto holst du mich ab und ich werde geschossen ja ich komme er ist auch geschossen da vorne ist er gesehen wo er ist ich habe auch schwer keine schuss getroffen ich habe ihn gelockt lassen sie mal ausknocken bevor er hier dessen gewicht glaube ich fangt einfach töten sehr gut ich habe es auf pax die wären das habe ich mal ganz angebracht da liegen dass ein lied ja im team nämlich kommen mit rein da vorne liegt irgendwo in der umkommission hinter uns und schüsse aus der sauerung auf der sauerung bei unserem auto bei unserem auto ist ein gegner als ein wort er nimmt das auto nicht habe ich war gleich tot ist unsere runde hier und biggie willst du haben die sturzpolster mit die liga noch eine schöne goldene waffe in der mp wird sie haben ja ich werde hier im fluss schwimmen genau mit dem strom das ist schön da unten schwimmt was das ein gegner da unten schwimmt irgendetwas na da wo er baut hier ist ein laden kannst du mir helfen ja da oben ist noch einer ganz oben aber der tippe hat mich so hart gesmiped der da steht ich bin nicht schlecht wissen wir es ist ein sniper ja gut beides war es mit unserer runde hat einfach die besseren geschlossen ja schon sein kack mate da oben wetten wir ja ich treffe ihn aber nicht war der gesessen ich komme ich komme ich brauche mich ein reis kalt jetzt haben wir verkackt mal stutzpolster ja hast du mich genau auf den baum gebracht sehr gut und jetzt mit der strömung mitkommen hallo strömung ach du scheiße das wird nichts ich habe auch nichts zum heilen dabei ich lagerfeuer echt jetzt geil schön ich verbrenne mich doch das tut gut jetzt habe ich noch irgendwelche sachen ich habe keine munition mehr für meine ska das ist gar ja aber haben wir ja gerade nochmal so ein wenig feikt aus dem weg gegangen war ja wenn aber ich hätte gleich kommen glaube ich oder wenn er schön doofwendig war da oben sei da oben sei aber jetzt keinen kampf anfangen ok ok ich habe ein schluss ab dem alles gut ja was hier wird ja das ist eine gute idee 321 los richtung zu machen genau am besten darum auf den dingern landen und in diesem box tatsache jetzt auf dem schornschein landen ja ok und jetzt jetzt können wir hier runterschießen ich habe kaum munition für für weit schießen ja es gab auch ich genau vielleicht runter gefallen ich kann nicht ob sie überhaupt so optimal hier oben ist was du bist da ist ein gegner unten haben wieder die beliebungspost zwei gegner er wird sobald sie den benutzen nicht drauf schießen aber wir sind ja schon zu zweit er stimmt normalerweise da braucht er sich hoch das ist mutig darauf zu schießen da hat er schön jetzt kassiert ja ich auch ich liege schmeiß mich da runter oder so nee kriegt man Fallschaden auch wenn man äh weiß nicht also wenn man jetzt schon liegt kriegt man Fallschaden ich glaube nicht nein ok ich weiß es aber nicht Achtung da ist auch ein Gegner rechts unten ich glaube die sieht uns nicht da kommt einer da kommt einer da kommt einer da kommt einer ich hab mich hoch geholt wo ist der da da stimmt er ist runter er ist runter er kommt hoch er kommt hoch er kommt hoch da ja ja klasse ab ab weg ist er geplatzt wie ein pickel in der luft in der luft sehr gut sind noch sechs leute also ich kann ja mal hier mini stoppen ah Gegner Achtung direkt über mir was ist wo erst einmal ey er ist neben mir ja er ist echt er ist super low hol ihn dir ja sehr gut sehr gut finish ihn da kommt noch einer ich komm noch einer ne nicht noch einer ich hör nix bist du taub aber der krabbelt noch oder? äh ja ja oder er wird auch gerade von seinem mate hoch geholt kann auch sein guck mal äh vielleicht noch ein paar bandys die kann man ja nur teilweise auf dem pc abschmeißen halbieren aus richtig ah ok ich hab's danke dass du mir deinen skar getrapt hast aah warte mal komm 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 wir müssen hier aufs andere seite 5-6 aua das tut weh so jetzt müssen wir gleich in die nächste da unten ach what drüben wir auf dem anderen schornstein geht gar keine hoch hm Da ist ein Gegner unten Ist drin Der andere baut sich ein Ich habe hier eine schlechte Sicht bei mir Auf dem Dach Ja Ich habe einfach zu wenig Munition Um jetzt einen Affen zu machen Ich habe auch nur noch 45 Schuss Einfach mal so nach 8 Jahren Komm mal runter Ja würde ich machen Aber in die Zone runter In die Zone? Ich würde aufs Dach runter Da wo die sind Ja ok Komm schon pushen Nein Ähm Leiter mit Leertaste oder? Ja aber du kannst doch Du kannst doch nicht einfach runterspringen Was denn sonst? Ja mit dem Da ist noch so ein Effekt drin Du musst erst reinspringen Und dann musst du Um raus fliegen Nein Weißt du was ich meine? Du kriegst ja bei Fortnite Gar keinen Gleiter Wenn du runterspringst Nein Nein das war Call of Duty Nein Nein So ein Scheiß Oh Gott Das ist Worson Das ist Worson Ja 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 Ich verwechselst du gerade Das ist doch Mist Verdammt Mann das wäre eine geile Runde geworden Dir die kommt Du musst gewinnen Ich muss Ja du musst Einfach mal in dir einen Boden gebaut Okay Mist ich hab das mit Worson verwechselt Ja aber Eigentlich bist du auch gestorben Ich sehe vor五 Vers데 Mr. Atlas Ja Viens Já